Es ist ein Familienbetrieb. Das ist ein Fakt, den ich immer wieder hervorhebe und in einem Familienbetrieb laufen die Uhren immer noch anders herum. Das Tolle bei uns als Familienunternehmen, dass wir wirklich Geschwindigkeit haben. Von der Idee bis zum fertigen Produkt sind wir schnell und dabei hilft uns ganz massiv unsere Marktnähe. Wir haben verschiedene Säulen, auf denen das Unternehmen ruht und deshalb wissen wir immer, was angesagt ist bei unseren Kunden, aber auch beim Endkonsumenten. Also wir haben unsere Eigenmarken, die wir anbieten, dann die Handelsmarken für die Handelsketten eben auch im Bereich der Lohnabfüllung sind wir tätig und füllen in diversen Größen ab. Wir betreiben da am Standort acht Linien. Zwei davon sind Dosenlinien, zwei davon PET-Linien, zwei davon Glaslinien. Und da sind wir auch schon bei einem ganz wesentlichen Thema. Wir haben die modernste Glasanlage in Österreich aktuell am Standort. Wir haben verschiedene Zertifizierungen, die da an dem traditionsreichen Standort gehalten werden. Unter anderem können wir Bioprodukte abfüllen. Die Qualität ist ein sehr großer Pfeil an Bäckergetränke. Unser Qualitätsversprechen ist höchstens gut. Und ja, es ist ein Familienunternehmen und das merkt man auch durch den Zusammenhalt der Mitarbeiter. Ich weiß, dass Qualität und Ehrlichkeit Bäckergetränke ziemlich im Vordergrund stehen. Also richtig stolz macht mir natürlich die Produkte, die wir produzieren, weil wir wirklich qualitativ hochwertige Sachen produzieren, die egal ob im AF-Sektor oder in der Brauerei – das, was wir machen, macht man mit Leidenschaft und auch mit Qualität. Wenn ich jetzt in eine Supermarke gehe und Produkte sehe, die ich noch einmal betreut habe bzw. getestet habe, dann freue ich mich schon ein bisschen. Das macht mich schon von sehr gut auf Stütz. bis zum nächsten Mal.